so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge und das mit der schönen wunderschönen sonnenaufgang ja weil wir haben uns nicht getraut zu schlafen weil wir hatten die nacht auch noch im angriff gehabt wo man die letzte folge beendet haben hätte ich gerne ein video gezeigt aber das war so heftig das war also es nimmt immer mehr zu wir sind jetzt bei 13 das nimmt immer mehr zu mit den angriffen ja und ja ja wir haben meine kommende gehauen ja genau das muss ich da oben stand ja mal eine fahne wo jetzt die geier oder knete mögen komme ich auf geier ja das sind aber leider nur möwen was ist leider aber kann man die eigentlich abschließen nee das will ich jetzt nicht machen das können wir mal ausprobieren aber das will ich jetzt nicht machen ich brauche erstmal eine fahne damit unsere heimat wieder finden wir unterwegs sind genau das wollte das wollte ich nämlich auch sachen wir haben wir haben echt ja da standen die haben uns hier unten beschossen bekloppt dann stand da einer und oben hat er mit dem sperr die fahne zu zertroschen ja wir haben oder der eine hat uns abgelenkt wir hatten die strategie wir hatten wir planen so was bräuchte ein stoff und fünf mal holz haben uns das einfach weg holz hinzufügen holz nehmen aber das war es für nachholz 1 3 4 5 die frage wird da das quietsche händchen ist nämlich alle und die haben das gehauen ich habe das genau gesehen wie sie drauf umgehauen haben das extra hoch immer hoch gekochen hat auf die fahne drauf getroschen wir haben gedacht das kann ja nicht sein vor allen dingen dann dachten wir wir waren fertig mit den angreifern wir zitieren ein wir zitieren ein und auf einmal doch noch das bitte um die ecke da stand dann hier unten also ich gucke jetzt runter stand da bitte ja ich sag ja die hatten schon eine strategie das lasst sie sich bei schlafen legen dann werden sie jetzt im schlaf erwirkt da werden wir gestorben das stimmt mein gott ich denke wir haben viel holz und dann baue ich ein bisschen was aus und schon hatten wir viel holz aber ich habe jetzt mal in die vier töpfe ja die vier töpfe habe ich mal plus stoff also ja baumwolle reingemacht okay ja ja aber ich finde das schon witzig was wir jetzt festgestellt haben dass hier diese bäume die man in die pflanzkästen pflanzt ich weiß nicht ob die jedes mal jetzt nachwachsen aber er hat mich ja gerettet aus dem baum und hat den gefällt gehabt und das ding ist wieder nachgewachsen das muss ich ja jetzt wirklich sagen ja das hier noch da ich habe aber warum hast du nicht mehr gewartet bis es wieder ein baum ist und dann kann es war ja kein baum ich weiß dass es kein baum war das war aber vorher auch ein bus hier deswegen habe ich ja wo habe ich ja drin gesteckt mensch doch jetzt kann sich damit neu rein baumwolle baumwolle ist wichtig ich ziehe sowieso bald um kaufe ich mir meine eigene basis bauen ich habe gesagt wir müssen ein häuschen bauen weiß ich nicht das wird gehen häuschen das wird eine villa mit abgetrennten flügeln moment ist fertig hast dann schmeiße ich dich raus ganz einfach so wie im wachen leben was wollte ich hier hinsetzen ich wollte den ofen bauen genau wir könnten jetzt eigentlich auf stufe 2 haben wir jetzt unsere werkbank da könnte man eisenhelm und kampfrüste aber dafür uns fehlt eisen ja jetzt haben wir noch nicht und dann brauchst du auch noch mal ja gut das berlin geschaut ist nicht das thema aber wir könnten den größeren rüstung den rucksack meine ich da bräuchten wir zweimal in die firma stoff einmal merlin naja gut bräuchten bräuchten flossen und gummi das wäre auch nicht das thema das wäre doch mal ein plan für heute oder das war mal auf auf heisuche gehen für ich finde das wäre mein plan aber erst baue ich jetzt den ofen bevor wir jetzt alles andere machen ich auch schon mal schrottbranzer und er hat schrottheld weil ja ich hab's vergessen ich meine wir werden zwar so sterben wenn man jetzt heil jagen aber ist ja egal wir haben es nicht so die kann man ja von oben ja aber trotzdem die werden ich glaube die geben ihre hau trotzdem nicht frei naja das ist klar da guckt man mal wo man den ofen hinsetzen damit gar nicht so im weg steht aber ich habe jetzt langsam echt ein bisschen angst um unsere sachen wenn wir hier jedes mal überfall haben die hauen ja schon kräftig auf unsere sachen drauf das war jetzt ressourcen verloren also das muss man ja schon sagen wie gesagt ich habe das ja leute ich gucke mir auch andere videos an aber ich spoilere mich in dem sinne nicht ich gucke mir die bloß an weil sie lustig sind aber ein bisschen gespeinert bin ich ich habe noch nie erzählt dass solchen das kaputieren ist doch also bei uns ist schon ziemlich viel ich meine ich meine ich meinte doch gerade ja das gesehen habe ja welchen wo vielleicht haben sie es ja nicht verraten und dabei ist so holzblanke habe ich muss sagen die rüstung sieht nicht schön aus aber ja leider die ist wirklich aber gut sicher ist sicher da gibt es mit sicherheit später andere sachen und fischreuss ist eine fischreuss aber noch nicht eine fischreuss die haben wir noch nicht aber ich glaube da brauchst du in seil und in komponenten was wollte ich jetzt jetzt hast du mich da einander gebracht jetzt weiß ich ja erz wollte wo haben wir denn die ärzte hin ach die waren hier in dem fassen wo da hinten am fasswort also hier die wo die dreie stehen ach so ja stimmt genau hier drin waren die ärzte die ärzte die ärzte die ärzte ja hier sind so das dauert aber auch immer ewig das erz bist du das durch das ich mache erstmals das eisenerz durch oder jetzt war jetzt gar nicht mehr gut was denn jetzt hätte ich die andere rüstungen hätte ich darauf warten können wieso weil wir haben metall rausbekommen ja bald metall rüstung kann man doch erinnern nicht bauen da dauert doch noch ein bisschen müssen erst mal erforschen weiß nicht wie teuer naja aber du naja du erlernst ja gerade und bekommst daraus was sagt doch mal gleich ja ich weiß aber du weißt wie teuer das ist du erlernst es jetzt aber du weißt ja nicht wie teuer das ist vielleicht müssen wir dann also eisenbahn bekommst raus und ich habe jetzt vergessen was ich machen wollte ach für schreuse für schreuse genau ach so kann ich mal erforschen kann ich doch erforscht so backen auch schmales bereiten und wir wollen ja auf alle fälle noch noch was plündern nachher so einen einen barren habe ich schon mal durch wieder neuen rein die barren tue ich in die kiste in die tonne wo ich das erz ist noch durch die fertigen barren rein wenn du da was zum forschen rausnehmen willst so jetzt schauen wir uns das mal ein schrott war und was auch unser stoff also vier seile ja natürlich vier seile ja leute ihr seht dass ich brauche das zwei seile aber ich möchte es ja ein doppelback bauen was ach was willst du den bau den schrottbanzer und schrotthelm ach so okay so mit allen metall ist nicht so tragisch doch eigentlich dann kann man ja nachher einmal versuchen mal haben wir noch genug zeit oder ist schon wieder zu lange alles gut was wir hatte wie gesagt vier seile ich glaube ja ich kann nur zwei herstellen das kann doch nicht alles an stoff sein muss man jetzt echt ja gut da brauchst du wahrscheinlich verbesserten ofen also bei dem kleinen ofen musst du jetzt echt jeden einzelnen barren einmal herstellen ja ich denke mal das wird später ich mein gut guckt ja dieses ding an das ist nur so eine so eine olle eisentonne mit ein bisschen feuer dran klar dass hier ist ja auch ein stoffen wort da ähnliche stoff davon und ich ja hinten auf dem stoff den hattest du glaube ich da rein sortiert da wolltest du glaube ich irgendwas herstellen den hat sie bei den klamotten reinsortiert den schlafen nein nein das war bei den das entschuldige man kommt durcheinander so langsam denke ich manchmal ja 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 das hat ich schmeiße es mal raus hatte ok schön ist es nicht nee das ist wirklich nicht schön aber sicher ist sie schon aber ich mache es noch schöner steckt einfach die maske noch drunter ja das geht ja natürlich auch wenn man dann noch was findet jetzt habe ich die glasmaske noch drunter an das sieht natürlich noch besser aus dann warte ich pack mal ich pack mal die ärzte alles wieder hier rein damit man mal einmal losziehen können hast du noch feile für mich dort ist die ja ich meine kiste da wo die waffenteile das sieht gut aus ich brauche noch ein bisschen schrott für in der kiste hat das sind noch feile da wo die waffenteile sind ja gut jetzt habe ich müsste eigentlich reich ich habe jetzt ein steck von ein steck von 30 und dann nochmals deck von 10 die müssten eigentlich reichen für eine tor jetzt mal hier und die merlin die merlin auch wofür das war wofür für den rucksack wir haben doch einen rucksack ach du willst die größe den großen dass wir den erstmal erforschen können brauchen wir immer merlin eh mal okay okay dann gucken wir mal wo ist unser auto der anderen seite noch meistens wir müssen zeigen ich mal hier vorne brauchen ist mir egal da ist es aber wo waren denn die haie wir hatten doch immer ein ja ich weiß die merlin die schwimmen hier euch berumt das ist ja ja aber ich weiß immer nicht wo die haie sind ich weiß gar nicht wo war man den letztes gewesen wo auch ein heil und dann denke wenn man weiter extrem fährt also darum ja wenn du dich ja genau vor mal in die richtung da ist zwar auch eine insel aber ja so ja so bisschen noch rechts wenn ja die große da ja genau das modal eventuell wenn man nach unten gucken vielleicht immer was haben wir noch bisschen rechts ja hier zwischen den beiden inseln ich sehe auch nicht mal eben für 90 wenn wir so brauchst sind sie nicht da das ist ja so und wenn man dann schwimmen geht und will einfach luden dann sind sie auch immer da wo das ist die heftige insel sind auch die insel kaputt machen das ist glaube ich nur böse das sieht schon so unheimlich auf hier aber dieser sieht doch interessant aus die kleine da noch die ist nicht gleich jedenfalls sieht die weniger schlimm aus wie die damit diesen komischen kugeln da drauf aber gibt es doch gar die ganze zeit aber ich sehe auch grund ins wasser aber das wasser ist auch so drüber irgendwie noch normalerweise ist das auch viel klarer unter wasser strom vielleicht weil ich denke dass wirklich ist das nicht die insel die eigentlich neutral ist da war keine da waren keine bauten drauf wir haben noch gar nicht entdeckt aber hier das ist doch doch das ist die insel aber jetzt steht da nicht nur 3 da steht die sklavenhalter drauf die ist meinst du ja die ist auch die so weil die hatte ist verstehe jetzt schon okay ja ich sehe da schon das sind so bauten hinten drauf könnte gefährlich werden auch egal ich lass das hier liegen dass uns denkt dass wir da irgendwo fest wir können ja rauter springen ich gucke trotzdem auch hier und durch woher ist ja ist heute ist gar nichts los da und guck mal alles wenn los keine fische keine kappen keine muss keine muskeluven recht mich nicht auf gucken wir mal ich hatte schon hier schrott gesehen ich würde jetzt auch schon nicht okay und wenn man es erst mal die haben die haben die haben gewährung ich bin weg ich bin weg ich bin weg ich bin jetzt im gewährung wo ist ja ich wollte ich war dann boot wir haben alles kann das hat sich an wie kanon das gewehr hat der da muss ja trotzdem erstmal treffen die treffen mich ich sitze hier auf dem boot ich bin nicht tot trau dich du sagst du sagst das betreffende loser weil ich sehe noch nicht mal in das jetzt hier in unserem auto macht das so gut los stehe auf ich hab dich trotzdem getroffen doch jetzt hat er getroffen dann steh auf da schießt immer aufs auto statt auf mich los steh auf sie hab dich gesehen der baumwolle gefunden da schießt du mal aufs auto holtest du hinter mir oder was ich seh den ich seh den nicht mal er sitzt hinterm auto und ich sitze auf der anderen seite hinterm auto pass auf der sitzt ab heiko du bist gleich dort der sitzt da heiko der sitzt da vor deiner nase aber der ist angeschossen bist du tot jetzt bin ich gleich dort erst noch aus der deckung ausgelockt jetzt bin ich gleich dort noch ein schuss wenn du sie jetzt sind jetzt ist auch reingelaufen ab ja aber wirklich gehen wir auto looten ich stehe hier bitte mutmaß auto ich brauche nur noch ein schuss da bin ich tot also blutes auto ich gehe ich opfer mich ja wusste der hat er hat sich zurückgezogen der arsch gibt es nicht das abgehauen der holt verstärkung da geht steht hinter den hat sich hinter den dinger und das abgehauen der komponisten von volle pulle jetzt muss ich erst mal gucken wo unser boot ist da er wusste ja da ist der hat sich wahrscheinlich ja ich weiß ich weiß ich weiß es doch trotzdem ist weg das war mal gut mit stefan ich habe mich immer veraxt an den schlichten und wenn die vater verlaufen offen konnte lassen wir die ruhe ist ein jahr klar sind das meere was hatten ja von der rüstung an ich weiß nicht aber da hat schon mal schießt ja auch schon mal durch den stein durch echt ich verbote ich muss wissen ja ich verbote meine bitte meine keine verbände mit genau wie immer naja ich glaube gleich da ist er oh hinter dem baum jetzt rennt er hin und her kaum dass du ihn siehst krass ich finde das krass wie die gegner sich hier benehmen weißt du das guck dir das an immer schön hinter dem gitter bleiben dass du nicht rassen kannst hey da ich sie hier aufs auto drauf ich bin nur doof was denn ich glaube ich glaube ich verstehe man nicht warum ich die verbände ich habe mich doch es sind zwei stück sind dass sie haben sich da oben verschanzt aber vor allem du bist du gar nicht krass wieso steht die schon mittag ich habe sie doch untergesetzt menschen wo ist denn der da läuft doch da oben läuft einer und hier unten läuft einer aber ich setze mal das wäre doch noch nicht alle sein schocken und ich ist zu heftig ja ja wegen den gewehren auch wenn die pistolen hätten wir es kein problem aber dadurch dass die schon die lehre haben kannst du es vergessen wir müssen nach die anderen inseln vor uns abkrasen ja soweit soweit brauchst du gar nicht reinkommen reingehen kommst du runter ich muss auch schon mal jetzt nehme ich noch mit jetzt nehme ich noch ein bisschen schrott nehme ich auch noch mit glaskomponenten schrott das nehme ich noch mit traut nicht ein das hier zu lassen vielleicht hat man hier an rand immer noch was vielleicht kann man hier auch drum herum krabbeln fällt mir mal gerade ein das ist hier oben noch und hier steht noch die kiste mit glas hier kann man noch alles einsammeln ist noch ganz viel zum einsammeln hier ist noch eine kiste heiko hier kann man noch schön drum herum ja ich nehme noch ein bisschen eisenerz mit hier ist noch ein stuhl ein stuhl zum verkaufen hoch hier sind noch ganz viele sachen die man noch einsammeln kann ohne dass die einen gefährden hier trotz ja gut den brauche ich jetzt nicht was denn hier noch gucken hier noch ein bisschen rumkriegen am rand hatte jetzt nichts mehr da warte ich komme ob es ist doch nicht herum das muss so gefährlich ja ich kriege ja nur einmal rund um die insel ja ich hatte hier noch eine kiste gelootet vielleicht ist hier noch irgendwo eine weiter wir wollen jetzt ja abhauen einmal alles einsammeln zu gefährlich was da war noch okay so ich bin am boot ich hoffe du bist das bist du das ja ich habe mich jetzt erschrocken sagte schon ja das ist noch zu wichtig also wenn man das selber gehen gehen schuss was man haben ja auch wir ja nicht welche inseln zu machen ja gut außerdem früher ja du sitzt auf dem fahrer sitzt jetzt du kannst jetzt warum bin ich ihnen jetzt untergefallen ich komme nicht hoch wo ist denn jetzt das boot hin wo man ich komme nicht aufs boot hilfe ey ich sterbe weil ich nicht aufs boot komme ich sterbe grad und meine ganze sache du schiebst das boot die ganze zeit durch die kante ich habe keine ahnung ich komme nicht aufs boot drauf meine fackel alle oh shit ich komme nicht aufs boot drauf warte mal ich muss mal eben hier hoch wo sind das jetzt ich habe die frostbeule hier ich sterbe grad anfasst ich komme nicht aufs boot drauf ich habe es weiter weit gefroren gut warte ich muss mal gucken meine hp gehen immer runter meine hp tic runter ich will nicht dass das ins wasser fällt wenn ich jetzt hier sterbe dann sterbe ich lieber hier am land warum stirbst du weil ich erfriere meine hp tic runter meine nicht ja ich bin auch fast schon tot aus dem wasser gekommen die tickern immer noch runter ich bin gleich tot warte nur na echt jetzt können mich mal einer erschießen von euch jetzt bleibt das auch noch stehen auf der letzten drinnen erschießt mich mal hallo erschießt mich mal bitte bitte hier bin ich diesmal ich muss da nicht der esel soll ich dir noch licht machen oder was hier bin ich huuuu danke mann das hat gedauert jetzt hoffentlich komme ich jetzt wieder in meinen sack ich komme nicht mehr aus dem wasser raus gerade die fackeln ist kaputt so alter schwede jetzt wieder frost schnell schnell wieder an land ja ich höre es ich komme ich komme aber erst hole ich meinen sack wieder da war so viel zeug drin ich krabbel da einmal hin auf allen vieren und guck das hier irgendwo am rand gleich ne ich sehe den sack nicht ja stimmt aber ich bin nicht weit gelaufen bin da hoch gesprungen und hab die fackel hoch gehoben da nicht da ich hab ihn ich kann ihn auch schon losen von Weitem oh wo waren die scheiße das war der falsche da war nur Kohle drin Mist hier liegt der andere na gib her so jetzt habe ich alles schnell wieder runter so dann hoffe ich mal dass ich jetzt da reinkomme für dich grad jetzt steht hier bitte farbe ändern jetzt platz nehmen na jetzt bin ich drauf ne so ihr lieben somit beenden wir das video befreude also so ihr lieben somit bedanke ich mich vor zu sehen für eure kommentare für eure likes mega daumen an euch viel spaß bei und auf dem kanal tschüss tschüss